Vor langer Zeit in einem färben Land gab es ein blühendes Reich, das von einem jungen König regiert wurde. Oh ja, Baby Jesus! Er hatte ernsthafte Probleme mit seinem Beleger. Was hast du mit dem Grof? Tut mir leid, du versuchst aus dem königlichen Grof. Schöne ihn auch! Mit einer kümmern Beraterin. Ja, nicht voll. Das wäre nicht ganz einfach, ich kann nun anregieren. Und einem ernstes Problem. Ich will nicht vergiften. Hey, Kronk, du mir doch ein, kommst du, frech mich auf. Ein Lama! Der müsste mal umsitzend sein! Ach, komisch. Bring ihn vor der Stadt, gib ihm den Rest. Sei da, ich bin aus, du bist ein scheinbarer Bauer. Ruf uns, Lama! 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 Hey! Du hast mich jetzt schläft! Dann soll ich nicht einmal einschliere. Du bist hier der Rasterverbrecher, nicht echt. Was? Kommt, ist Kuskotob? Schau. Ich kann so gut, wenn ich die Dach haben. Dann soll ich die Dach. Ich kann so gut, wenn ich die Dach habe. Dann soll ich die Dach der Rasterverbrecher. Und dann soll ich das nicht harm'isch. Ich kann so gut, wenn ich die Dach aufbauen. Dann soll ich das nichtным Zerner zurückkommen. Unglaublich. Nicht so nachvollziehen. Ich muss hier verlegen, hier so eine andere ganze Schüsse. Gleich für mich als letztes Gewissen. Da ist es lahmer. Und jetzt muss das sein. Der König hat einen neuen Luken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017